Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren arbeitsrechtlichen Video. Heute wird es dogmatisch. Es geht um den Grundsatz, ohne Arbeit kein Lohn. Dieser Grundsatz ergibt sich aus dem allgemeinen Leistungsstörungsrecht. Ausgangspunkt ist, dass die Arbeitsleistung eine absolute Fixschuld darstellt. Was war noch einmal der Unterschied zwischen absoluter Fixschuld und relativer Fixschuld? Eine absolute Fixschuld liegt vor, wenn der vereinbarte Leistungszeitpunkt so wichtig ist, dass die Leistung unmöglich wird, wenn sie zu diesem Zeitpunkt nicht erbracht wurde. Bei einer relativen Fixschuld ist der Leistungszeitpunkt dagegen nicht ganz so wichtig. Ist er verstrichen, kann allerdings gemäß 323 Absatz 2 Satz 2 sofort zurückgetreten werden. Für die Einordnung der Arbeitsleistung als absolute Fixschuld spricht insbesondere, dass im Arbeitsvertrag klare Leistungszeiten vereinbart sind. Außerhalb dieser Zeiten schuldet der Arbeitnehmer keine Arbeit. Wegen des, im Schönenfelder nicht enthaltenen, Arbeitszeitgesetzes ist ein Nachholen von Arbeitszeit mitunter rechtlich auch gar nicht möglich. Was passiert vor diesem Hintergrund nach dem allgemeinen Leistungsstörungsrecht, wenn Arbeitnehmer A am 3. März unentschuldigt nicht zur Arbeit bei seiner Arbeitgeberin B erscheint? B hat gegen A einen Anspruch auf Erbringung der Arbeitsleistung am 3. März aus 611a Absatz 1 Variante 1 BGB. Sobald der Tag verstrichen ist, wird die Arbeitsleistung gemäß 275 Absatz 1 unmöglich. B verliert also ihren Anspruch. Gleichzeitig verliert jedoch auch A seinen synagmatischen Anspruch auf Entgeltzahlung aus 611a Absatz 1 Variante 2 BGB. Dies ergibt sich aus 326 Absatz 1 Satz 1 Halb Satz 1. Wie sieht der Fall aber aus, wenn wir folgenden Sachfall zugrunde legen? B ist der Ansicht, sie habe dem A mit Wirkung zum 28. Februar gekündigt. A hat dagegen Kündigungsschutzklage erhoben und möchte gerne weiterarbeiten. B lässt ihn aber nicht. Im Juni gewinnt A den Kündigungsschutzprozess. Hat A einen Anspruch auf Arbeitslohn für die Monate März, April und Mai? Hier wird 615 BGB relevant. B ist in Annahmeverzug mit der Arbeitsleistung des A. Lest euch die Vorschrift durch und überlegt, was an der Anwendung problematisch sein könnte. 615 statuiert, dass der Lohnanspruch bei Annahmeverzug der Arbeitgeberin bestehen bleibt. Die Regelung steht aber in einem gewissen Widerspruch zur Einordnung der Arbeitsleistung als absolute Fixschuld. Man kann eigentlich nur mit einer Leistung in Annahmeverzug sein, wenn diese noch möglich ist. Eine unmögliche Leistung kann der Schuldner nicht mehr erbringen, die Gläubigerin kann sie somit nicht mehr annehmen und infolgedessen mit ihr auch nicht in Annahmeverzug sein. Würde man aus dieser Argumentation schließen, dass ein Annahmeverzug mit der Arbeitsleistung nicht möglich ist, hätte 615 BGB aber gar keinen Anwendungsbereich mehr. Das kann vom Gesetzgeber nicht gewollt sein. 615 BGB wird deshalb herrschend als Spezialregelung zu 326 Absatz 2 angesehen. Soweit die Voraussetzungen des 615 BGB vorliegen, geht er deshalb dem Grundsatz ohne Arbeit keinen Lohn vor und verdrängt insoweit die Regelung des allgemeinen Schuldrechts. Damit wäre die theoretische Grundlage geklärt und wir stürzen uns in die Voraussetzung. Ob die Arbeitgeberin ein Annahmeverzug ist, ergibt sich ganz normal aus 293 folgende BGB. Im Grundsatz ist gemäß 294 BGB ein tatsächliches Angebot der Arbeitsleistung erforderlich. Gemäß 295 Satz 1 Variante 1 ist das tatsächliche Angebot aber entbehrlich, wenn die Gläubigerin erklärt, dass sie die Leistung nicht annehmen werde. Diese Erklärung hat B durch den Ausspruch der Kündigung konkludent gegeben. Erforderlich wäre somit gemäß 295 Satz 1 BGB ein wörtliches Angebot. Das BAG hält jedoch dieses gemäß 296 Satz 1 für entbehrlich. Begründung Die Arbeitgeberin schuldet als Mitwirkungshandlung für die Leistungserbringung an jedem Arbeitstag die Zurverfügungstellung eines Arbeitsplatzes. Diese Mitwirkungshandlung hat B nicht erbracht, sodass ein Angebot hier nach 296 Satz 1 entbehrlich war. Merkt euch diese Begründung. Im Ergebnis soll der Arbeitnehmer nicht jeden Tag bei der Arbeitgeberin anrufen müssen, um nachzufragen, ob er denn heute arbeiten dürfe. Vergesst nicht, auf die weiteren Voraussetzungen des Annahmeverzugs einzugehen. Meist bereiten diese aber keine Probleme. Achtet darauf, dass bei Krankheiten des Arbeitnehmers ein Ausschluss nach 297 BGB eingreift. 299 wird kaum jemals einschlägig sein, wenn die Arbeitgeberin sich bewusst weigert, die Arbeitsleistung anzunehmen. In unserem Beispiel ging es um einen Fall der sogenannten Annahmeunwilligkeit. Arbeitgeberin B hätte die Leistung durchaus annehmen können, wollte das aber nicht tun. Davon zu unterscheiden sind Fälle, in denen tatsächliche Annahmeunmöglichkeit vorliegt. Diese kann sich zum Beispiel daraus ergeben, dass die Produktion in der Fabrik wegen eines Stromausfalls stillsteht. Sind solche Fälle ebenfalls von 615 BGB erfasst? Für solche Fälle stellt 615 Satz 3 BGB klar, dass sie ebenfalls über den Annahmeverzug geregelt werden sollen. Der Gesetzgeber hat damit die sogenannte Betriebsrisikuläre anerkannt, die Rechtsprechung und Literatur vor der Schuldrechtsreform entwickelt hatten. Achtung, 615 Satz 3 BGB setzt voraus, dass die Unmöglichkeit auf einem Risiko beruht, das wertungsmäßig der Arbeitgeberin zuzurechnen ist. Nicht davon erfasst ist das sogenannte Wegerisiko des Arbeitnehmers. Wenn der Arbeitnehmer also aufgrund eines Unwetters nicht zur Arbeit erscheinen kann, hilft ihm 615 Satz 3 BGB nicht. Schwierig ist die Bestimmung des Betriebsrisikos bei bundesweiten pandemischen Lagen. Wenn Arbeitnehmer in ganz Deutschland aufgrund behördlicher Maßnahmen nicht mehr arbeiten dürfen, könnte man darin ihr eigenes Risiko und nicht das Betriebsrisiko der jeweiligen Arbeitgeberin sehen. Allerdings ließe sich auch anführen, dass Arbeitgeberinnen das Risiko dafür tragen, eine Arbeitsmöglichkeit zur Verfügung zu stellen. Umstritten ist, wie Fälle zu behandeln sind, in denen die Arbeitgeberin die Unmöglichkeit sogar zu vertreten hat. Wir empfehlen, dann auf 326 Absatz 2 Satz 1 Variante 2 zurückzugreifen. Solche Fälle lassen sich über die Allgemein- und Möglichkeitsregelungen lösen, sodass nicht auf 615 BGB zurückgegriffen werden muss. Fassen wir also noch einmal zusammen. Aus dem Zusammenspiel von 275 und 326 ergibt sich der Grundsatz, ohne Arbeit kein Lohn. Die Arbeitsleistung ist eine absolute Fixschuld. Zwar schließen sich Annahmeverzug und absolute Fixschuld eigentlich aus, 615 ist aber trotzdem anzuwenden, da die Vorschrift sonst ohne Anwendungsbereich wäre. Im Rahmen des Annahmeverzugs ist ein wörtliches Angebot des Arbeitnehmers bei Annahmeunwilligkeit der Arbeitgeberin regelmäßig entbehrlich. Denn die Arbeitgeberin muss als Mitwirkungshandlung gemäß 295 Satz 1 Variante 2 BGB einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Tut sie das nicht, ist ein Angebot der Arbeitsleistung durch den Arbeitnehmer gemäß 296 Satz 1 BGB entbehrlich. Von der Annahmeunwilligkeit zu unterscheiden, sind Fälle der Annahmeunmöglichkeit. Diese regelt 615 Satz 3 BGB. Hat die Arbeitgeberin die Annahmeunmöglichkeit sogar zu vertreten, gilt 326 Absatz 2 Satz 1 Variante 2. Das war's von uns zum Grundsatz, ohne Arbeit kein Lohn. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Zusehen und bis zum nächsten Video.